Willkommen zu Memon615 Guide, damit willkommen zu Finde die 8 roten Münzen, Aufgabe 5 in Frostbeulenfrust... Let's go! Frostbeulenfrust 5! Große Frage natürlich hier, wo befinden sich die 8 roten Münzen? Wir haben schon einige gesehen, und zwar in der letzten, in der Aufgabe Nummer 2 war das. Und jetzt müssen wir die anderen finden, eigentlich auch ganz easy. Wir müssen im Endeffekt dasselbe machen, was wir in Aufgabe Nummer 4 getan haben. Aufgabe 4 ist hier der Stern, in Aufgabe 5 müssen wir hier hin. Und damit den Koopa-Panzer nehmen. Und da ist nämlich in Nummer 1. Hier ist Nummer 2. Nummer 3. Einmal ausweichen. So ein bisschen ungewollt aus, ungewollt, ungekonnt. 6, 7, 8, 8, eigentlich sind sie alle auf dem Weg. Ich habe den 8 noch schon direkt übersehen. Du, 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 du. Und 8. Okay, ich bin etwas zu schnell gewesen. Sorry. Sorry. Hier war Nummer 8. So. Das heißt also, über den Seen quer reinfällt ein. Und dann seid ihr ja schon fast da. Und den kriegt man auch mit Panzer. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen in dieser Aufgabe. Jawohl. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis dann. Ciao.